Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Cora Island. Wir sind jetzt hier am Machen. Wir sind jetzt die ganz großen Macher und mir fehlt Dünger, ne? Ja, Dünger 1 hab ich. Muss erstmal reichen. Ach, hier hatte ich ja noch Kürbissamen. Hoppala. Egal. Egal. Ich muss aber trotzdem noch den besseren Dünger herstellen. Geht den hier. Oh, da hab ich ja gar nicht viel. Ist nicht schlimm. Denk ich. Den Osmina-Semitätern kann ich ja herstellen. Ach, was soll da gehackst? Mein Gott. Da hab ich den auch nirgends so kaufen kann. Ja, 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 ja. Kann mir einer sagen, wo ich denn diesen einen Fisch finde, der nur diesen Giant Sea Bess, also den großen Zackenbarsch? Weil das ist mir grad nicht so geheuer, was sie damit meinen. Du solltest hier hinkommen. So. Du solltest hier hinkommen. Du solltest hier hin. Ich sehe alles. Und du kommst hier hin. Oh, das leuchtet aber schön. So, du kommst da mit rein. Ach, wegen links ärgere ich mich ein bisschen, aber was soll's. Was soll's? Das war nicht der Dünger, den ich mir ganz gerne erhofft hätte, aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal in einer Position sind, wo ich sag, ey, da können wir uns den krassen Dünger einfach kaufen, weil wir so viel Geld haben und ich hier auch nichts mehr bauen muss. Okay? Okay? Wie ist das? und der letzte ich hab die dings nicht bei der gibt es den einen fisch den großen zacken was gibt es nur morgens und nachts im herz wir haben ja noch nicht noch was ist ich muss vielleicht mal größere kisten herstellen das war jetzt nur so eine was für eine kiste ach so eine schrottkiste jetzt alles wieder schön ich hasse das wieso hockt das denn jetzt schon wieder im werkzeuggürtel das ist auch das falsche spielt ist das hat das labor noch offen bis 17 uhr moment ich brauche für den insekten chip 5 batterien wie ich will den fische batterien den osmium erz auch hier sieben gold erz und noch solche wasser essenzen ach ich hätte dings noch mitnehmen können ich meine die haben ja bis 17 uhr das kriegen wir noch hin so jetzt wir holen uns den fisch dann können wir nämlich schon mal gucken wo es welchen fische fisch gibt ne hier ja ich hoffe dass das ist hilfreich ich irgendwann in der tasche zum spenden ja eine sache oder wie ich habe auch jetzt insekten gar nicht abgefahren ist egal ein strand pavillon wozu wozu das monster ich will nicht sagen aber dann so hilfreich war das jetzt nicht so hier unten ist der wald russi und 18 bis 22 oh mein gott wenn dann siehst du auch was ich alles schon gespendet habe und was nicht also ich habe doch eine menge nicht gespendet aber wie nice ist das denn ja hier wo ich ja nicht mehr wo nochmal genau ist der wald ozean bei den bei den dings wie mega ist das denn ein riesen doof und wie kann ich da jetzt ein das ist mega ja er kommt eben ist zugeben das ist schon gut ne Und dann, wenn du das noch mit den Insekten machst. Der bewegt... Das war bestimmt der große Zackenbosch. Ich hab den gar nicht bewegt gekriegt. Seegurke. Also ich glaube, für manche brauchst du einfach die beste Angel. Sonst funktioniert es nicht. Besonders für diese legendären Dinger da. Oh, ich freu mich grad so voll. Ich freu mich wirklich, weil das wirklich mega ist. Hatten wir nicht schon eine Makriele? Einer fehlt noch, ne? Also zwei fehlen noch. Ich kann ja derzeit zwei fangen. Den Zackenbosch, der einfach nicht will. Und dann noch so ein kleines Vieh. Ah, Makriele. Oh, das lohnt sich ja voll. Dann kannst du wirklich sagen, komm, ich geh jetzt einfach mal an einem, so immer einen Tag. So guckst du, was gibst du da so und dann gehst du abends angeln. So guckst du, wo du die meiste Vielfalt denn hast. Und dann gehst du zu dem Zeitpunkt dann halt angeln. Ja, ich will aber keine Makriele. Ich will noch das andere Vieh. Da gab's nur noch ein Vieh. Ach, den halt nicht. Der Geister-Montest. Der Atlas-Spinne. Den brauche ich ja auch noch. Den muss ich ja sowohl spenden als auch anbieten. Und Titanwurz. Das ist sehr gut. Ach, dann können wir jetzt den Titanwurz-Honig machen. Okay. Ich bin da gerade so ein bisschen happy drüber. Bin ich ja mal ganz ehrlich. Jetzt gucken wir mal. Es ist ja schon spät. Was der Online-Shop sagt. Also hier hast du einfach keine Qualität. Das ist das. Gegrillter Fisch. Und was hast du? Schmied. Links Labor. Schreiner. Taverne. Hast du irgendwas Neues? Nö. Schade. Ich hätte gedacht, vielleicht haben sie ja was Neues. Heißer Kakao. Das ist neu. Hm. Der heiße Kakao ist neu, aber bringt mir leider nicht so viel. So, den Atlas Spinner habe ich jetzt auch. Den brauche ich aber zweimal. Tierzucht. Oh, der sieht heute glücklich aus. Das freut mich. Jo. Komm her, du Taube. Der braucht. Der braucht. Der braucht. Der braucht. Der braucht. Die sind auch noch nicht so weit fertig. Ach, Kinders. Die brauchen immer so ein bisschen zu lange, ne? Oh, weißer Trüffel. Oh, wie lange Kimschi einfach braucht. Ja gut, deshalb sind sie wahrscheinlich auch so selten. Ich habe ja gesagt. Wir gehen jetzt mehr angeln, ne? War ja irgendwie so. Ich meine, unten sind wir ja soweit fertig. Wir gehen jetzt nicht links. Ne? Wo ist Standing... Ach, wie heißt es denn jetzt? Im Ozean unten. Da passiert ja gerade nicht so viel. Ach, wie heißt es denn jetzt? Weil reden kannst du mit dir noch nicht. So gegossen sind sie. So, dann fangen wir mal von oben an, würde ich sagen, oder? So, Prognosefisch. Hier der Waldfluss. Ich könnte bis 12 Uhr. Alle kriegen Riesenschlangenkopf. Blaurückenlachs und Lachs. Okay, dann gucken wir mal. Ja gut, bis 12 Uhr ist halt schon ein bisschen happig. Aber wir versuchen es. Hier so. Blaurückenlachs, Lachs und noch irgendwas anderes. Ja, Müll. Uhu, da hat aber einer Bock. Riesenschlangenkopf. Sehr gut. Und gleich so eine richtig gute Qualität. Jetzt nur noch der Blaurückenlachs und Lachs. Ach, Kinders. Immer diese Flugblätter. Wer will denn das? Also, wir kommen jetzt, wir kommen zum Angelsimulator, würde ich mal sagen. Da haben wir den Lachs. Und jetzt fehlt nur noch dieser komische Blaurückenlachs, ne? Er ist ja einfach. Nee, du bist ein Goldfisch. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Ich muss mir doch mal ein bisschen um meinen Liebsten kümmern, ne? Fällt mir mal ein. Ich rede zwar immer mit dem, aber... Passiert nicht viel. Und nochmal ein Lachs. Ich bin froh, dass es langsam abkühlt. Erleichtert die Arbeit in der Werkstatt ungemein. Ja, finde ich auch. Ich nehme es doch mit. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Aber ich brauche 120.000, glaube ich, nochmal für das bessere Haus. Damit wir denn auch ein Baby-King können. Eleanor hat als nächstes Geburtstag. Ja, gut. Fünf Herzen. Lotus? So. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich freue mich irgendwie so, dass wir das mit dem Fisch haben, ey. Nicht mega. Ich würde ganz gerne nochmal nach Hause, um zu gucken, welcher Fisch mir noch fehlt. Einer fehlt mir noch, das weiß ich. Den kann ich auf jeden Fall auch abends fangen. Aber ein Segelflosser. Den habe ich auch schon gespendet. Ich gehe auch immer den falschen Weg, glaube ich, gefühlt. Diesmal muss ich hier runter, das weiß ich. Du hast hier nichts Neues. Du kommst rein, du kommst rein. Lachsabaschen. Du kommst rein. So, Gucken, ob ich irgendwas am Strand fangen kann um diese Uhrzeit jetzt noch. Was hat mir denn da noch gefehlt? Den habe ich. Ach, der Blaurückenlachs, der hat mir noch gefehlt. Strandozean. Da wäre ja eh auch den Arm zu gehen. Kann ich da gerade heute nichts mehr fangen. Aber mein Sumatrabe könnte ich hier fangen. Probieren wir es mal. Okay. Okay. Ich hoffe nicht, nicht so böse. Komm schon. Nee, das ist eine Languße. Die habe ich schon. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Garnele müssen wir aufheben. Die brauchen wir zum Beispiel für ein Gericht. Weiß einer, wie man Tacos macht? Und da ist er. Oh Gott, die brauchen ja ewig in drei Tage. Du auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Ich glaube, ich kann doch hier auch ohne Rezept kochen. Kochanleitung verfügbar. Ich hätte jetzt gedacht, du brauchst halt einfach nur für Tacos Weizenmehl. So, das heißt, den Teich hier haben wir dann schon mal durch. Den brauch ich nur noch. Ähm. Der ist auch fertig. Naja, mir fehlt hier nur noch dieser Blau-Rücken-Lachs. Ah, den kannst du ja auch fangen beim Stadtklos. Macht natürlich auch Sinn. Nee, den Atlas-Spinner mache ich noch nicht. Ist doch so viel schöner. Guck dich das an. Das wird auch wesentlich alles, finde ich, vereinfachen. Ab ins Waldgebiet. Auch nur noch den Blau-Rücken-Lachs. Ja, das ist er garantiert nicht. Oh, der will es aber wissen. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ja, finde ich zwar gut, bringt mir aber nicht viel. Also, so macht das Angeln doch Spaß, wenn ich weiß, wo ich welchen Fisch kriege und ich dann einfach nur noch gucken muss. So komme ich im Museum weiter. Das ist ja Rett schnappe. Na gut. Jetzt aber auch nicht so. Ehe ich um drei Tage hier so rumwurschteln. Ach, auch wieder der falsche, ey. Ich hoffe, dass ich eigentlich noch einen Atlas-Spinner kriegen könnte. Wieso ich auch immer das getan habe. Der Grashüpfer. Lotus. Ich hatte, glaube ich, immer an vier Stellen, aber... Ja, 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 ja. Da ist der Dud wieder. Oder auch doch nicht. Gehe ja schon nach Hause. Also... Gehe ja schon nach Hause. 9000, ja gut. Wie viel brauchst du noch für das bessere Auto, äh, besseres Haus? 120. Hm. Hast du eigentlich die Goldbarren schon? Das ist ja auch mal so eine Frage. Angeln ist nicht so mein Ding. Ich könnte es natürlich, wenn ich müsste. Was gibt's? Hast du Lust auf Fisch zum Abendessen? Ich hole dir welchen, wenn du magst. Nö. Wieso? Was ist denn das für ein Bug, dass ich auf einmal so viele Schwerter habe? Was ist denn das für ein Bug, dass ich auf einmal so viele Schwerter habe? Du brauchst noch. Ihr braucht auch noch. Aber wenigstens ist der Wein schon fast fertig. Immerhin. Immerhin ist der Wein schon fast fertig. Geht oben was drin? Super Nähnchen. Guck mal, ob ich überhaupt 310, äh, die 10 Goldbarren schon habe. Klar, jetzt hängt es wieder so ein bisschen mit der, äh, mit der Geld, mit dem Geld, ne? Aber das ist halt bei jeder Jahreszeit so. Immer am Anfang jeder Jahreszeit, wenn du eh neu pflanzen musst. Darum hätte ich, äh, will ich ja auch mal Sachen im Prinzip im Gewächshaus haben, was immer wieder kommt. Das kann denn einfach so nahtlos durchgehen. Sag mal, wie weit bin ich eigentlich hier bei meinem Dings? Oh, Museum geht bald hoch. Noch ein bisschen. Okay. Mohs Herr personality. So. So. aber ohne tacos würde ich im ofen machen wo habe ich denn meinen ich habe doch weizen mir gekauft auch hier prognose fisch ich meine wir haben jetzt hier geht mir nur noch der brückenlachs drück immer falsch tut mir leid gartenfluss hier fehlt mir der falter fisch und hier kann ich auch den brückenflusslachs da kann lohnt sich das aber erst ab zwölf ja auch ab zwölf empl sie ist durch der ist durch stadtfluss fehlt mir nur noch der baramundi da könnte ich hin und dafür was was für pflanzen am besten ich planze immer also ich kann dir nicht genau sagen welche pflanze aber ich hole immer die pflanzen die nachwachsen also wie du einmal siehst und dann hat sich die sache erledigt die pflanze ich immer an sowie erdbeeren habe ich drin ich habe kaffeebohnen habe ich drin was habe ich noch drin ich habe jetzt noch die kürbisse weil die anscheinend immer wieder kommen habe ich drin und paprika habe ich drin also ich finde es lohnt sich einfach immer nur die rein zu tun die wirklich wiederkommen die mehrfache ernten haben und die glaube ich um auch 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 Ah, der Rätschnapper. Nicht das, was ich mir gehofft hatte. Weil die siehst du einmal praktisch und dann kannst du halt immer immer wieder ernten und dann hast du wenigstens eine kleine Geldeinnahme Quelle. Ich habe immer geguckt, dass ich dann immer die teuerste Saat nehme. Weil in der Hoffnung, dass da die Produkte dann halt auch mehr wert sind. Ich weiß nicht, ob das so ein intelligentes Denken ist, aber... Ja. Oh, da ist er! Ja, da fehlt ja noch was. Ja, da fehlt auch noch hier. Ach, egal. Guck mal, was wir hier so schönes finden. So viele Affen! Ach, Mensch. Leider nicht das, was ich mir auch hatte. Der hat zu. Guter Admiral. und dann die jungs hätte auch haben die bräuchte auch gespendet 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 angeboten gespendet gespendet noch nicht gespendet hat das musik hat das dingsoffen ja gut das schaffe ich locker das schaffe ich ja locker aber wie gesagt was genau du dir da ins museum ins gewächshaus tust das kannst du denn selber entscheiden ich habe da zum beispiel auch die früchte die ja immer nur für zwei saison für zwei jahreszeiten da sind habe ich da auch eingetan wir haben eigentlich von mama und papa bekommen ich gibt mir einen augenblick lieber pablo und stimmt etwas nicht wir haben einen namen falsch geschrieben ich lass mich mal sehen wo sie haben es mit ph geschrieben aber hey gute neuigkeiten bruder sie haben es nur einmal falsch geschrieben ganz am anfang das war sicher ein fehler ich bin mir sicher es war was los es ist nur ein fehler rafael ich weiß ja nicht aber das ist es nicht pablo die menschen vergessen mich immer wie neulich in der taverne niemand hat darauf geachtet was ich gesagt habe sogar meine eigenen eltern haben mich vergessen was das stimmt nicht die leute lieben dich nein tun sie nicht hat irgendjemand bemerkt dass ich die tavern verlassen habe ja ich war ja ja haben sie du lügst das sehe ich ja du hast recht als als mir aufgefallen ist dass du nicht mehr da warst habe ich herumgefragt und niemand ist aufgefallen dass du überhaupt in der taverne warst ich weiß dass ich dir dabei helfen kann mir freunde zu gewinnen ich werde dir dabei helfen beliebter zu werden damit du nie wieder vergessen wirst du solltest mich begleiten wenn ich ausgehe ich habe viele freunde denen ich dich vorstellen kann was nein das habe ich nicht das ist ein perfekter plan ich glaube pablo rafft es nicht so ganz der pablo rafft es nicht so ganz habe ich das gefühl so hatte ich noch irgendwas im labor wieso wollte ich denn doch zwei fossilen bocken hatte ich noch ein labor sieht nicht so gut aus aber sogar ich muss auch mal ein bisschen mehr mit den leuten auch interagieren und nach dem motto gucken hier ist eine anfrage melone weiß ich nicht ob ich die habe wie lange hat mich zeit elf tage ja ich glaube das wird nix müsste ich gucken ob ich schon eine gepflanzt hat das jetzt ist ja fakten ja immerhin drei stück immerhin besser ist ja nichts das ist es nicht w w w was ziel artefakt also ich habe auf jeden fall genug stein und genug gold barren nur hartholz fehlt mir ja aber da bin ich auch schon dabei da bin ich ja auch schon dabei ich denke mal noch so zwei tage dann müssten wenigstens ein paar produkte schon fertig sein so ab 16 uhr habe ich hier habe ich denn jetzt alles hier fehlt mir immer noch der barramuda hier habe ich alles beim reißfeld kannst du auch aber da habe ich auch alles wald ozean ist nur noch das war ein anderes garten wie klos hier fehlt nur noch der falter fisch ab 16 uhr ne barramudi zackenbarsch kabeljau am meeresarm beim leuchtturm thunfisch tintenfisch und sardine die habe ich ja schon die zwei papageienfisch papageienfisch macht ja der meeresarm schon ein bisschen mehr sinne gehen wir mal zum meeresarm falsche richtung hier meeresarm ist da dann gehe ich mal ein will ich gucken was es hier ist wird ein motto kurzflügler oh der ist gut den brauche ich auch für die tiere für den tempel manche falsche motto könnte das hier sein ja hier kann ich ach wieso fang ich mal als erstes immer dreck das ist doch der wahnsinn das finde ich aber gut dass sie das so gemacht haben ich hatte schon befürchtet dass ich den riesen schlummspringer wie sage ich das gefühl den hat es schon habe ich jetzt irgendwie auf keine große lust zu merken angeln ist ja gut und schön aber jetzt aber auch nicht so dramatisch interessant die nehme ich doch mal mit wo könnte ich denn noch hin hier hinten dann hier bei der höhle ich verstehe das nicht na gut ich kriege ja den jetzt hier noch das mache ich jetzt auch noch ein augenbremmer das läuft ja nicht weg ich würde doch ganz gern schon mal nochmal nach den anderen beinen gucken was haben die denn mit dem marienkäfer himmel immer diese marienkäfer aber den arktis der luna habe ich nicht das weiß ich ach ne mutter holz hacken tue ich jetzt auch noch nicht mal wenn es mir jetzt doch in erster nie darum geht zu gucken nur blödsinn nur blödsinn gecatcht obwohl der eine ja ziemlich gut ist nehme ich mit sellerie aber sellerie bitte naja ist doch schon fast fertig hier kannst rein ab 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 ich mache halt ein bisschen geld ist noch gar nicht da hier oben liebes lieblings jahres halt ich habe keine für mich sind alle jahreszeiten gleich gut zu wissen danke maika du bist wirklich gütig naja vielleicht sollte ich den doch woanders hinpacken haben die wirklich nichts ich nichts anderes ist schade er hat jetzt noch ein ding na gut dann speichern wir jetzt hier mal ab und dann beende ich den part ist auch auf jeden fall dankeschön fürs zusehen ich hoffe euch hat der part gefallen wenn ja dann gibt mir doch einen daumen nach oben oder lasst ein abo da ich würde mich sehr freuen das kann weg und bis dahin sage ich dankeschön fürs zusehen auf wiedersehen und bye bye